Ich lese aus dem Roman Der Kalte von Anbeginn. 1. Das Sturm wurde heftiger, das Laub sauste und kreiselte, die Wolken rollten mit Tempo in den Westen, da und dort fielen Ziegel auf die Gehsteige. Der Bettler, Ecke Kärntnerstraße und Himmelpfortgasse, der als Krüppel vor seinem Hut gesessen war, sprang auf und lief diesem hinterher, den der Sturm zum Stock im Eisenplatz trieb. Auch Edmund Fraul, der eben über die Salztorbrücke ging, wurde der Hut vom Kopf gerissen. Schon schwamm der im Donaukanal und unter der Brücke weg. Fraul, vorüber gebückt, ging weiter, das schlohweiße, volle Haar in alle Richtungen. Er überquerte den Keh. Die grünbärtige Ruprechtskirche sah älter aus, als sie war. Bedrückt ließ sie auch diesen Sturm über sich ergehen. Der Sand der Baustelle neben ihr wirbelte um sie herum. Fraul bog in die Roten Turmstraße ein. Auf dem Stephansplatz, ohnehin der windigste Platz der Stadt, wurde der Sturm geradezu unerträglich. Rechts in der Brandstätte ließ der Druck etwas nach. Fraul ging rasch und wusste mit einem Mal, dass ihm von den Häusern, an denen er entlang eilte, Unheil drohte. Konnte es sein, dass hinter den Fenstern Leute lauerten, die ihm 40 Jahre später noch nach dem Leben trachteten? Er schaute rasch links und rechts zu den Scheiben hinauf. Als er in den Tuchlauben eintraf, zerriss der Sturm die Wolken über ihm, sodass die Novembersonne jeden Straßenzug aufhellte. Einen Moment ließ der Sturm ganz nach, dann trieb er Edmund Fraul ins Kaffeekorb. Damals hob ich den Blick, legte die Zeitung weg, stand auf, um Fraul zu begrüßen. Er gab mir die Hand, ein abschätziges Lächeln, das ich für ein freundliches nahm, und schon ging es an den Mantel aufziehen und an den Hakenhängern. Nachdem er eine Melange bestellt hatte, begannen wir miteinander zu reden. Nach zwei Stunden verabschiedeten wir uns, ich packte meine Notizen zusammen, er winkte mir nochmals zu. Kaum war er bei der Tür draußen, eilte ich ihm nach, denn ich wollte ihm noch in den Rücken schauen, seinen Gang beobachten. Doch neben mir stand bereits der Ober, ich zahlte und verlangte eine Rechnung. Auf dem Weg zum nächsten Interview sah ich den Alten nochmals. Er verließ sein Hutgeschäft und kam mir entgegen. Bevor er mich hätte bemerken können, blieb er vor einer spiegelnden Auslage stehen und betrachtete den Hut auf seinem Kopf. Es ging hinter seinem Rücken vorbei und wir entfernten uns voneinander. Die Kraft des Sturmes schien gebrochen, der Tag wurde noch sonnig und mild. Fraul schlenderte nach Hause. Inzwischen war es drei Uhr geworden, gelegentlich blieb er vor den Auslagen stehen, sein Atem ging ruhig. Ein höflicher junger Mann, dieser Apolloner, dachte er, nett, hat sich informiert, hat mein Auschwitz-Buch gelesen allerhand. Was wird er sein, 30? Was war sein Vater, Hitlerjunge oder schon SA? Was wird er seit Nacht in der Nacht. Was war sein Vater, Hitlerjunge oder auch nicht. Was wurde er geschenkt? Sie haben wir jetzt? Was war seitdem der Aktuelles Stunde. Was war sein? Was war? Was war das?